Jetzt haben die auch keinen Panzer mehr, wa? Doch, einen haben sie noch. Versuchen wir mal bis B durchzukommen. Kleiner Pisser, was willst du denn hier, ey? Das ist ja echt anstrengend. Magst du nicht mal ein bisschen... Warte, so ganz geschützt. Mann, da ist ja schon wieder in deiner Base. Geh mal gucken, Alter. Irgendwo in deiner Base, ey. So, Kalkuso für ne Fresse. Mehr hast du nicht verdient, du Scheißpenner, Alter. Da kommt ja noch einer von vorne. Ja, ja, ich will die Sterne. Wo ist er denn? Hier war doch grad einer, irgendwo. Ach, da drüben ist er. Alter. Der ist ja im schweren MG. Nee. Äh, du musst dich reparieren. Sofort, bitte. Ja, ich bin unterwärts. Aber warum kommen die nicht mit dem Panzer denn? Komus. Na ja, was wird. Kann uns ja eine Latte sein. Wo sind die denn? Ich verstehe das immer nicht, wo die herkommen. Nee, komisch, die Drohne nicht. Man schmeißt von hinten in der Base, ey. So wird's komisch. Oh, das kommt ja nur so vor. Äh, Spieler in der Drohne? Ja. Kacke. Geist down. Der B ist, Hermann. Haben. So. Halt. Hey. Ist einer von raus gewesen. Oh, 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 oh. Der Typ ist dieser komische Saudier, der ist übelst krass. Das ist ein richtig blöder Winkel, also kann ich den nicht erwischen. Andererseits bin ich richtig gut versteckt hier, ey. Ich weiß nicht, wo die hier sind, ey. Alter, woher geh jetzt hier fest? Läuf! Wie kommt der die raus? Hä? Geht doch, ey. Versucht einer von unten zu kommen. Zu B. Nein! Oh, ich dachte schon. Hilfe bei Kill bekommen. Passt bei A auf, dass jetzt hier nicht einer kommt und wir nur auf B uns konzentrieren oder so. Dann schärft einer, ja. Dann schärft einer, ja. Coach wurde, achso, der ist ja unten dann gelatscht. Der nächste. Doch mal Hilfe bei Kill, wenn der jetzt teil macht. In the Teams. Oh, die haben weniger. Oh, dafür haben wir noch zwei Fünfziger. Ja. Kacke, boch Moni, Alter. Oh, dieser Einbogen, die Typen so im Sack. Ist hier irgendwo ein Assault oder so? Da hinten. Verdammte Scheiße. Na, ich hab ja noch die Piste, ja. Die sind auf der ganzen Seite. Das ist ja natürlich tot. So, okay. So, da, 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 ja. Wir sehen. Aber weiter bringt das nicht viel, was ich hier mache. Oh, fuck, die Drohne ist wieder am Start. Kann man reparieren? Unbedingt. Oh, verdammt, ja, ich bin da. Keine Angst. Weiter, 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 weiter. Boah, ich kann grad nicht weiter reparieren, weil das jetzt mal abkühlen muss. Warte. Warte, 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 jetzt. Weiter. Ja, ja, ja. Verdammt, ey. Wie oft kann ich denn die Drohne schießen, oder was ist das denn für ein Ding? Einfach nicht bewegen. Jetzt muss ich wieder kurz pausieren. In der Zeit kommen wahrscheinlich noch ein Schuss auf dich. Nee, das dürfen wir nicht haben. So, das ist wieder voll dabei. Die Drohne. Nein! Nicht überfahren, boah. Krass. Schon wieder überfahren. Wo ist denn die scheiß Drohne? Ich hab die da kurz gesehen, wo sie geschossen hat, aber dann auch nicht. Ich hab's auch kurz gesehen. Ich hab's wieder hinter den Felsen da. Warte, dann kann ich mir jetzt auch nicht erklären. So, und bei uns Muni-Mann. Wo ist der Muni-Mann? Ich hole Muni-Mann. Drohne. Ah, da. Ich weggen. Warte, ich muss mir Muni holen, Mann. Warte, ich muss mir Muni holen, Mann. Ich hab' ja keine Probleme um. Ich hab' ja keine Probleme um. Ich hab' ja keine Probleme. Ich hab' ja keine Probleme. Mann, wozu bist du denn in der Zoll, du Penner? Ich will nochmal Muni. So, die Drohne ist weg. Jetzt kommen mir Muni. Und er hat mich getroffen. Sauber. Geh doch. Weil er down gegangen ist, hat er nicht getroffen, die Saudi. ist da noch einer so ein Kappel Moni wie gibt bei B die meisten Action-Aber das hing mal so bei B gibt es die Action-Aber hier liegt alles frei bei B oh der ist hinten in der Base irgendwo fuck da hinten, genau Alter, die kennen die immer genau wo die bei B sind, ey Alter, nein! der stand in unserem Geschütz da der Wichser okay, jetzt wird's nochmal richtig krass, weil jetzt haben die nämlich ey, wo sind die denn jetzt? wow Alter, niemals oh oh Wichser, ey Alter, jetzt geht's los wo ist er? da war doch irgendwo einer Alter, der am G ist, ist der? 22 nur noch oh nein B müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir jetzt krass mal auf A gucken Alter, ich hab richtig Schiss, dass die Hunde an uns auf einmal auftauchen, da sind glaube ich einige durchgekommen und hier ist einer bei A, der trillt mich gleich das bin ich tot da geht er zu A legen wo ich Kuss von meiner Komme zu risikiere, wenn man 8 Kills in einer Reihe hat oh nein, da liegt doch einer bei A oh nein, da liegt doch einer bei A das dürfen jetzt nicht das beide gelegt werden und für wo ich G zu B leider sind da viele das schaffe ich nicht den Schärfen hier ich glaub das eigentlich nicht ich hab sogar noch ey, der kann nur meine Kai Gustav abgefeuert haha ist so krass hab ich Kater gar nicht mehr angezeigt egal, da müssen wir jetzt A halten unbedingt unbedingt A halten oh 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 fuck nein, die haben's geschafft ich hab alle 3 in sein Land gekillt alle 3, Mann komm, entschärfen nicht unter den Wiederbeleben hier ey, die haben's fast geschafft, Mann ich war doch ja nie da, Alter ich bin die ganze Zeit hier hinten genau, der geht ans MG perfekt wenn jetzt wird ein Panzer kommen, könnte es vorbei sein mit der B DIE ey, Kraft sei gesagt haha 13 noch und ein Panzer in dem einer von den 13 sitzt oh, ich geh ans Ding ins hier jawoll so geht es ey, ich war auch eine mal stationär in AT boah, das war hier oh oh wo war hier einer von denen ach so, das war 8 noch ja aber jetzt müssen die nur noch ranlaufen 6 das müssen die jetzt entschärfen denn hier genug von denen sind ok 5 noch ey, krass gucken ob da einer vielleicht ist ohne ey, fuck auf die dürfen wir uns jetzt nicht zu sehr konzentrieren 5 noch Alter ist so ruhig ja, gratis wie jetzt krass bereiten sie für den letzten vierer Schlag vor ey ey, was sind die denn, darfst die Drohne ich glaub, da kommt mich dann auf mich geflogen die haben die Staunen, die Staunen, die haben die Staunen gemacht hat die auf mich gezieht? auf was hat die gezieht? irgendwo hier äh alter zwei noch das geht jetzt irgendwie da vorne ein bisschen ab, kann das sein einer boah, auf einmal schießen sie da vorne jawoll ratten Spiegel, Alter